Erwartet uns die große Bankenkrise. Das ist ein Szenario, was einige Finanzmenschen, die in der Öffentlichkeit stehen, durchaus schon seit einigen Jahren skizziert haben. Doch die Frage ist, was genau ist eigentlich eine Bankenkrise? Ist eine Bankenkrise, ja, wie das Jahr 2008, das im Prinzip von heute auf morgen das gesamte System in der Schieflage ist? Ist eine Bankenkrise schon, wenn einzelne Regionalbanken wackeln? Oder was muss eigentlich passieren, dass das Vertrauen ins Finanzsystem völlig am Ende ist? Die finale Antwort dafür zu finden, die ist unheimlich schwer. Heute hat sich aber wieder etwas gezeigt, wo auch Jerome Powell, das ist der Vorsitzende, der FED, der Chef der amerikanischen Zentralbank, eigentlich einer auf dem Geldmarkt der einflussreichsten Menschen überhaupt. Und er hat mal wieder etwas von sich gelassen, was aus meiner Sicht ganz klar dafür spricht, dass wir alle sehr schnell das Vertrauen in die Bankenwelt verlieren werden. Jetzt bin ich sehr gespannt, denn die EZB hat ja vor einigen Monaten, wir haben darüber berichtet, auch gesagt, dass sie ganz stark gegen Videos oder gegen Informationsverbreitung vorgehen wird, die gegen die Banken sprechen, die auch natürlich, ja, negativ für das Bankensystem sein könnten, die dafür sorgen, dass man das Vertrauen in die Bankenwelt verlieren könnte. Wir blenden euch hier das gerade ganz kurz nochmal ein. Das Problem ist, die Bankenwelt macht sich mit Sachen, die ich euch heute zeige, eigentlich selber in diese Situation, dass sie ihr Vertrauen selbst verspielt. Jetzt bin ich gespannt, will man gegen Jerome Powell vorgehen oder geht man einfach nur gegen unser Video vor oder passiert gar nichts? Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Mein Name ist Jan Willhöft von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Wenn ihr das Gefühl habt, aus unseren Videos etwas für euch mitnehmen zu können, gebt uns sehr gerne kostenlos etwas zurück. Das geht ganz einfach, einen Daumen nach oben, vielleicht einen kurzen Kommentar und dann, ja, freue ich mich, wenn euch die Videos gefallen. Also, dass die Banken extrem wackeln, das haben wir in 2023 schon massiv gesehen. Denn dort waren es die Silicon Valley Bank, die Signature Bank, die ja jetzt übrigens von der New York Community Bank Corp übernommen wurde und auch die New York Community Bank Corp, also die NYCB, ja, auch die ist eigentlich jetzt schon wieder im Wackeln. Das heißt, die eine Bank ist krank, wird von der anderen übernommen, die wird auch krank. Ja, ein Riesenproblem, das haben wir übrigens ja auch in der Schweiz, da ist ja die Credit Suisse über die Wupper gegangen. Die Credit Suisse ist eine Riesenbank, ja, und die wurde von der UBS in einer Nacht- und Nebelaktion im Prinzip geschluckt. Jetzt ist das Problem, dass sich die Frage stellt, wie gesund ist jetzt eigentlich die UBS, die größte Bank in der Schweiz, aber auch natürlich bei uns in der EU gesehen eine der einflussreichsten Banken. Ja, also, da wird auch nochmal in den nächsten Monaten, glaube ich, viel auf uns zukommen, viele Nachrichten, die nicht so erfreulich sind. Doch, worum geht es jetzt heute genau? Es wird Bankenpleiten geben, sagt der Vorsitzende der amerikanischen Zentralbank. Und das schauen wir uns hier mal gemeinsam an. Ich übersetze den Artikel hier mal ganz kurz auf Deutsch, das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, sich das anzuschauen. Er spricht, und das ist ganz wichtig, das betont er auch nochmal, nicht von den Großbanken, ja, also die nach der Bankenkrise 2008 als systemrelevant eingestuft wurden. Ihr wisst ja, da sind damals die richtig großen Banken eigentlich mit über die Wupper gegangen, jetzt hat man gesagt, okay, die großen Banken, die sind systemrelevant. Und angeblich spricht er nur von kleinen und mittelgroßen Banken. Finde ich ein bisschen komisch, ja. Also er gibt hier offen zu, dass kleine und mittelgroße Banken über die Wupper gehen werden in den nächsten Jahren, aber angeblich die großen systemrelevanten nicht. Macht euch keine Sorgen, es gehen nur kleine und mittlere über die Wupper. Die großen, die werden es sicherlich überleben. Ja, okay, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Die großen Banken, die haben vielleicht verhältnismäßig gesehen mehr Rückstellungen, aber auch das Eigenkapital der Großbanken, wirklich das zurückgelegte Geld für Krisen, das ist nicht unheimlich hoch. Ja, wir erinnern uns, vor ein paar Tagen habe ich euch erzählt, dass die Deutsche Bundesbank Milliardenverluste eingefahren hat. Die Deutsche Bundesbank hat 22 Milliarden Verlust gemacht. Die konnte nur durch die Rückstellungen ausgebügelt werden. Ja, okay, es ist jetzt per se keine normale Bank, aber trotzdem, eine Bank hatte Rückstellungen für den schlimmsten Fall. Kein Problem. Doch man geht auch davon aus, nächstes Jahr eben Probleme zu bekommen und dann hätte man ja eben noch das Gold, was bei der Deutschen Bundesbank angeblich liegt. Nochmal ein anderes Thema, ja. Was man dann entsprechend, das deutsche Gold, was mit 200 Milliarden betitelt wird, was man dann eben teilweise verkaufen könnte, um die Verluste auszubügeln. Wir sprechen also davon, dass die Deutsche Bundesbank schon überlegt, dass historisch gesehen so wichtige und so wertvoll aufgebaute, den deutschen Goldschatz, den zu verkaufen, wofür uns auch viele Nationen, wenn wir ihn dann noch haben, beneiden. Aber man geht davon aus, dass die großen US-Banken natürlich gar keine Problemchen bekommen werden. Das kann ich mir ehrlich gesagt schwierig vorstellen. Ich glaube, das wird so ein bisschen rhetorisch gesagt. Ja, ja, die Kleinen, die gehen pleite, das geben wir schon zu. Die Kleinen wird es nicht mehr geben, die Mittleren, die werden auch Riesenprobleme haben. Aber nein, nein, macht euch keine Sorgen, die Großen nicht. Ganz ehrlich, wer es glaubt, ja. Was aber ein Riesenproblem ist, ich glaube schon, dass man von Seiten der FED die Großbanken nicht pleite gehen lassen kann und nicht pleite gehen lassen wird. Das ist ganz wichtig. Die Kleinen und die Mittleren, die lässt man notfalls über die Wupper gehen. Das sind dann halt ein paar Leute, die verlieren ein bisschen Geld, wenn sie nicht auf die Einlagensicherung geachtet haben. Aber die Großbanken, wenn man die pleite gehen lässt, ist es wie ein Dominostein. Und dann ist es mit dem Finanzsystem, was aktuell ja auch von der USA regiert wird und von den USA im Prinzip die Machtstellung auch durch den Dollar, durch ihr Bankensystem, durch all diese Sachen geht die Machtstellung der USA aus. Man kann also von Seiten der USA, von Seiten der Weltmacht gar nicht die Banken, die Großbanken pleite gehen lassen. Was wird man also machen? Geht eine Großbank über die Wupper, dann wird man über Nacht Milliarden drucken per Knopfdruck. Die Bank wird entsprechend gerettet, Seiten des Staates. Und wer bezahlt dafür? Nun ja, die Bürger. In dem Fall die Bürger der USA. Wenn es bei uns passiert, eben wir. Denn mehr Geld drucken bedeutet auch wieder eine höhere Inflation. Und dann macht es mal schwupp und wir haben eine extrem hohe Inflation. Plötzlich haben wir vielleicht, ja, was weiß ich, 20% Inflation. Die Zinsen müssen enorm hoch, die Wirtschaft wird darunter weiterleiten. Also solche Szenarien sind durchaus nicht unwahrscheinlich. Das sind jetzt mal nur Gedankenspiele, aber ihr seht, es wird kritisch. Und das gibt jetzt schon die FED ganz offen zu. Was ich ein bisschen interessant finde, ist noch, er sagt hier, ja, wir sind ja im Dialog mit den Banken, ja. Also wir sprechen mit dem, haben sie denn das Problem überhaupt im Griff? Fragt die FED die Banken. Ganz ehrlich, die Frage kann ich beantworten. Nee, aber gut, dass ihr es fragt. Haben sie genügend Kapital? Fragt die FED die Banken. Ganz ehrlich, die Frage können wir beantworten. Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Nächste Frage. Verfügen sie über genügend Liquidität? Eigentlich die gleiche Frage, die können wir eigentlich alle gemeinsam beantworten. Nach dem Risiko, die die Banken im Prinzip gefahren sind in den letzten Jahren und die Probleme, die aktuell auf die Banken zurollen, ist die Frage, haben sie genügend Liquidität? Eigentlich die Frage, wie groß werden die Probleme noch? Und wahrscheinlich wird auch hier die Frage oder die Antwort, nein. Habt ihr einen Plan? Ganz ehrlich, auch das kann man eigentlich doch beantworten. Ich glaube nicht, dass die Banken einen Plan haben. Die großen Banken wissen nämlich, ja, wir werden ja eh gerettet. Und uns privat interessiert es eigentlich nicht. Wir spekulieren einfach weiter alle und kassieren unsere Bonis. Und wenn es mal nicht klappt, dann suchen wir uns halt einen neuen Job. Also, ich denke nicht, dass hier großartig viele Banken einen Plan haben. Und hier sagt es, ja, ihr werdet Verluste erleiden, sagt die Fed zu den Banken. Seid ihr dann auch ehrlich zu euch selbst und zu euren Eigentümern? Ja, also kommuniziert ihr das auch oft nach außen, dass es eine große Pleite geben wird? Auch das, glaube ich, kann man beantworten. Viele Banken sind einfach noch, vor allem in den USA, der Meinung, ach, das wird schon. Ich habe das noch nicht gehört, dass eine Bank sich hinstellt und sagt, ja, ja, wir könnten schon pleite gehen. Also auch da die Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit der Banken. Also Entschuldigung. Also wer erwartet dann, dass die Ehrlichkeit der Banken auf uns zurollt? Also ich glaube, eher erleben wir den Banken-Run, ja, dass wir alle Bürger unser Geld von den Banken holen, als dass die Banken auf uns zugehen und sagen, hey, wir sind mal ehrlich. Ich glaube, so ehrlich müssen wir schon sein. Das größte Problem sind eben aktuell die Gewerbeimmobilien. Vor allem in den USA. Aber das ganze Thema ist auch bei uns in Deutschland eben eine Sache. Viel mehr Menschen bleiben im Homeoffice. Dadurch hast du eben das Problem, dass Gewerbeimmobilien nicht mehr so wirklich vermietet werden. Viele stehen leer, ja, Unternehmen reduzieren ihre Büroflächen. Ja, und das hat eben zur Folge, dass dort viele Immobilienkrisen sozusagen oder viele Probleme bei Immobilien dann auch auf die Kreditgeber, also die Banken, überschwappen. Gar keine Frage. Zudem ja noch ein erweiterter Fakt. Wenn immer weniger Menschen ins Büro fahren, dann gehen natürlich auch in der Nähe dieser Büroeinrichtungen, gibt es ja Gastronomie, da gibt es den Einzelhandel, eben damit diese Menschen, die dort in der Stadt sind und entsprechend sich versorgen wollen in der Mittagspause, gehen auch dort weniger Leute hin. Also auch diese Businesses werden unter der Gewerbeimmobilienproblematik aktuell leiden. Ja, also es gibt schon durchaus viele Sachen, die extrem zusammenspielen. Und was wir uns einmal angucken müssen, ja, für jeden, der denkt, es ist ja gar nicht so schlimm. Hier ist ganz gut aufgelistet mal eine Übersicht von Bankenpleiten und wie viele Milliarden bereits durch diese Bankenpleiten verpufft sind. Ja, und das ist ganz interessant. Das Rote ist die Anzahl der Bankenpleiten. Und in den Jahren 2008 gab es 25 Bankenpleiten, 2009 140 Bankenpleiten und dann 2010 150 Bankenpleiten, 2011 nochmals 92 und 2012 nochmals 51 und dann ging es langsam zurück. Das sind enorm hohe Zahlen, ja, das sind 300, 400 Banken, sind mal eben in ein paar Jahren über die Wupper gelaufen. Und wir sehen auch, 2008 gab es die höchsten Asset-Verluste, ja, das sind im Prinzip 373 Milliarden, die damals verbrannt wurden und dann die Jahre ging das Absteigen drunter, ja, nochmal 170 Milliarden und nochmal 100 Milliarden und dann ging es langsam runter. Die letzten Jahre war dann erstmal wieder gar nichts, bis 2023 kam. Und hier ist ja das Interessante, es gab 2023 fünf Bankenpleiten. Fünf! Und die totalen Assets, die verbrannt werden, waren fast 550 Milliarden Dollar. Das heißt, die Bankenkrise 2003, die nicht als Bankenkrise betitelt wurde, die hat fast doppelt so viel verbrannt wie die Bankenkrise 2008. Die hat fast den gleichen Wert verbrannt wie die gesamten Bankenpleiten seit dem Jahr 2001. Ja, es sind ein paar hundert Millionen, es sind, glaube ich, 200 Millionen weniger, aber insgesamt hat man nur in 2023 und da sind Bankenpleite gegangen, die kannten wir quasi von hier aus noch gar nicht. Die sind so klein, die hat man noch nie gehört. Die sind pleite gegangen und haben schon die Finanzkrisen der letzten Jahre übertroffen. Also, ich glaube, uns sollte jetzt allen klar sein, dass wir uns warm anziehen müssen. Wenn Jerome Powell jetzt schon ankündigt, dass kleine und mittlere Pleite gehen werden, dass wir hier einen enormen Sturm erleben könnten. Einen Sturm, der vielleicht sogar auch in die Billionenhöhe geht. Ja, also hier waren es ja schon entspannte 550 Milliarden und das waren Minibanken. Was passiert also, wenn in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr vielleicht nicht nur fünf, sondern auch mal wieder 50 Banken auf uns zurollen, die Pleite gehen? Von welchen Summen sprechen wir da? Und wer rettet die Notfalls? Kann man wirklich mehrere Billionen einfach so, ja, verpuffen lassen in der Pleite? Das, glaube ich, wird schwierig. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergehen wird. Ich denke, wenn die FED schon selber ganz offen ankündigt, dass es Bankenpleiten geben wird, ist es für mich so eine Art Zugabe. Ja, man hat zugegeben, dass man es nicht mehr kontrollieren kann. Man versucht jetzt mit Schadensbegrenzung sich noch irgendwie aus der Schlinge zu ziehen. Ich bin gespannt, wie ihr das ganze Thema seht. Schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn wir uns am 26. und 27. April auf der Investmesse sehen. Die ist in Stuttgart. Ja, ich weiß, viele kommen nicht aus der Region, aber in den letzten Jahren ist die Deutschlands größte Anlegermesse. Gab es auch immer wieder Menschen, die sind aus Zürich gekommen oder auch aus Hamburg. Also, fragt mal rum in eurem Bekanntenkreis. Vielleicht gibt es ja schon Menschen, die hinfahren und fahrt gemeinsam. Ich finde, es ist immer eine sehr tolle Veranstaltung. Geht zwar leider nur zwei Tage, dennoch hat man die Möglichkeit, einfach diese ganze Finanzindustrie ein bisschen zu treffen. Es sind Banken da, es sind Redner da, es sind aber auch, ja, beispielsweise wir da. Und wir bringen CEOs mit. Wer noch genau alles kommt, das werden wir euch in den nächsten Wochen hier noch sagen. Es wird auch vermehrt Content zur Investmesse geben. Für uns einfach ein super großes Event. Wir freuen uns drauf, Freikarten bekommt ihr tatsächlich bei uns. Die gibt es jetzt nur noch von Ausstellern meines Wissens. Deswegen schreibt uns sehr gerne unter roadshow.axino.com. Wird ja auch nochmals eingeblendet. Und dann schicken wir euch sehr gerne eine Freikarte zu. Ich freue mich, wenn wir uns dort vor Ort sehen. Ich freue mich auch auf eure Kommentare. Schreibt sie unten rein. Und dann bis bald und zum nächsten Video.